und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu grow song of the ever tree ja ich habe es endlich geschafft die stadt scheint zu 100 prozent harmonisch zu sein ja perfekt das heißt wir haben schon wieder tausend andere sachen hier zum einfordern das machen wir noch mal eben schnell vorweg hier erhöht die harmonie im fluss revier so und wenn ich das richtig sehe ach nee das ist nur bunte stadt okay dann können wir gleich auch wieder was einfordern weil wir nämlich dann können wir hier eigentlich nicht wir können nichts beanspruchen aber wir werden jetzt singen deine harte arbeit hat sich bezahlt gemacht du hast die harmonie in diesem distrikt wieder hergestellt so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, mal schauen wir das neue Gebiet Oh, ach ja, das war das, was so zu war Oh, wie geil Und ich sehe schon ein neues Rätsel Was nicht so geil ist, weil ich wahrscheinlich die Hälfte dazu wieder nicht finden werde Aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt da drauf Da oben, das müssten wir dann gleich erstmal anklicken Bevor ich das wieder vergesse, freizuschalten Du hast Talprovinz freigeschaltet, ist das nicht toll? Ja, das ist in der Tat sehr, sehr toll Moment, ich muss jetzt erstmal Das hier Die Mützen muss ich erstmal abstrauben Die Mützen und das Häubchen Okay, darf ich hier auch mal raus? Danke Dann können wir hier noch Oder auch, nicht? Die Anpassung Da stand doch gerade was Hier Achso, Anpassen-Tabulator Ah, okay Ähm, gut Dann werden wir jetzt mal rüberreisen Mal schauen Ich muss nur mal ganz kurz gucken Ne, da oben ist jetzt nichts, was wir noch abholen können So, das ist also die neue Region Da hinten Da hinten geht's nach hier rum Das allererste, damit ich's nicht schon wieder vergesse Ja, ihr sollt natürlich loslegen Ganz klar Ja, dann werden wir uns mal aufmachen Und, ah, da unten können wir auch direkt Wie kommen wir denn da runter? Da geht anscheinend ein Weg rum Äh, dann werden wir die Gegend mal ein bisschen erkunden Wollte ich eigentlich gesagt haben Moment, hier geht's auch noch hoch Was ist das denn? Uhuhu Hilfe Oh, okay Sieht aber doch schon ganz cool aus So von hier oben Hallo, was backst du jetzt hier rum? Ähm, okay Wir laufen auf dem Baum herum Auch nicht schlecht Hier gibt's noch was Guck mal einfach mal Wie weit wir hier kommen Vielleicht kommen wir da ganz oben drauf Sieht zumindest ganz cool aus Beziehungsweise auch ganz gut aus Für Die Frage, ob wir nach oben kommen Ich hoffe Ah Sehr schön Aber ich glaube Dann kommen wir doch nicht nach ganz oben Wenn hier oben schon eine Truhe ist Ne, hier oben ist jetzt der Weg versperrt Schade, schade, schade Da unten müssen wir hin Dann würde ich sagen Naja, obwohl wir mir jetzt hier zu früh runterspringen Glaube ich, kommen wir ins Falsche rein Ui Hat ja irgendwie was Ach, da hinten ist das Ah, ja, ja, okay So können wir auf jeden Fall auch den Weg gut sehen So Da hinten ist was Die Frage ist, wo kommen wir jetzt hier hin Ah, okay Also ich denke mal, das ist nur, damit man hier oben auch was bauen kann So Natürlich Leg sofort los Wir brauchen direkt viel Platz Das wird dann wahrscheinlich die Grenze sein zu dem alten Ort hier Weil da hinten ist ja Oder? Ne, da hinten Da hinten können wir doch auch was freimachen, wenn ich das richtig sehe Schauen wir mal Weil da ist nämlich der alte Bereich Das meine ich damit Hier ist nochmal eine Brücke Guck mal erstmal hier Weil da kamen wir nämlich nicht hin Oh Hallo Kätzchen Ich hoffe, wir haben noch genug drin Ich müsste auch nochmal welche kaufen Ach so Jetzt habe ich das verstanden Letztes Mal konnte ich das ja nicht so richtig sehen Weil das so schnell ging Ah Das heißt, wir müssen an vier verschiedenen Orten müssen wir das machen Nehme ich mal an Und dann wird irgendwas passieren Ich weiß nicht was, aber Dann sind wahrscheinlich alle Kugeln da Ach so Es kann natürlich sein, dass wir die Kugeln dann irgendwie brauchen, um weiterzukommen Also hier weiterzukommen Das wäre allerdings blöd Ich weiß, wir können hier links noch rum Wollte nur mal eben schauen, was wir hier oben noch haben Aber irgendwie Da noch ein Chest oder sowas Okay, dann können wir auch direkt da runter gehen Trotzdem höre ich hier ein Immerlin-Kind Ach, das ist kein Immerlin-Kind Doch, das ist ein Immerlin-Kind Wo hast du dich denn versteckt? Hallo Ja Ja, ja Ähm Aber ich dachte, das kann man jetzt hier unten wegräumen Aber offenbar kann man es doch nicht wegräumen Das ist nur hier dieses Teil Okay Dann Müssen wir erstmal wieder zurück Wenn mein Orientierungssinn mitmacht, heißt das Wie gesagt, in Realität habe ich einen sehr guten Orientierungssinn Aber in diesem Spiel ist es irgendwie grausam teilweise Kann man hier noch Aber da habe ich nichts gesehen, ne, von der anderen Seite Ah, ich glaube, hier ist auch nichts So, die Frage ist Äh, ihr seid schon fleißig im Umbau, ne? Ja Okay Moment, da hinten ist was, wo man Hoch Äh Sieht jetzt mal wieder interessant aus Oh, hier ist eine Höhle Die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes Das sieht interessant aus Oh, hier ist eine Höhle So Ah Okay Sehr schön So Und das auch Und das noch Sehr geil Achso, da hinten ist auch Jetzt offen Oder war es vorher schon? Ich habe keine Ahnung So Es lohnt sich hier doch mal richtig Okay, vieles davon sind jetzt nur Miora, muss man dazu sagen Ich höre, ich wollte gerade sagen, ich höre doch wieder ein Immerling-Kind Windspieldekoration Hallöchen Erwischt, genau Ich habe dich erwischt So, ja cool Da könnten wir noch einiges einsammeln Solche Höhlen sind mir definitiv lieber als die, wo man immer so rumprügeln muss und alles So, wir waren aber eigentlich auf dem Weg noch da Ich darf auf gar keinen Fall vergessen Achso, stimmt Hier den Bereich Ähm Ist das ein Naturschutzgebiet? Uh Hallöchen Ja, es ist stabil Direkt mal einstellen Ja, noch einen einstellen Dankeschön So Ich kann sogar noch einen dritten einstellen So wie es aussieht Ähm Achso, nee Oder? Äh Das heißt aber doch nur, dass wir die einstellen Sechs Ungeschäftigte Das heißt, ich muss da nochmal wiederkommen Um einzustellen, was man hier machen möchte Oder Liegt das im Naturschutzgebiet hier drin? Ah, ja, ja Da ist gerade so viel Neues Ich bin hier gerade so ein bisschen Ah Hier haben wir noch was hier wegräumen Sehr schön So Da kann man noch hoch Die Frage ist Müssen wir hier hoch Eigentlich kommen wir ja von da oben, oder? Weil das habe ich ja angeklickt vorhin Das hier kommt mir jetzt gerade nicht so Achso, doch Das ist das, wo wir da hochgesprungen sind Ähm Oh, gut, dass ich hochgegangen bin Moment Äh Äh Äh? Was war das denn? Ich wollte eigentlich, dass du das entfernst Aber auch nicht schlecht Okay Moment Dann müssen wir hier auch mal ein bisschen kräftig mitmachen Entscheinend können wir hier zumindest ein Teil davon auch Entfernen Ich weiß nicht, ob das noch stehen bleibt, wenn der den Rest entfernt Deswegen So Okay Ja, cool Okay Dann können wir jetzt definitiv nach unten gehen Da ist der am Arbeiten Und hier leuchtet gerade schon was Jetzt möchte ich aber Oh Ah Äh Okay Ich habe es mir gemerkt, aber ich kann nichts damit machen Oder? Moment Und jetzt? Okay Okay Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren Tut mir leid Dass ich hier nichts Falsches mache Oh, bitte lass mich das nur dreimal machen müssen Rechts, unten, links Ja, Moment Äh Rechts Unten Links Links Rechts Links Und bitte, dass das richtig war Oh, ist das geil Ah Okay Ja, cool Okay Ähm Da hinten ist auch wieder was Aber ich glaube, dass Was klingelt denn? Achso, das war diese Sache Ja, hier lag irgendwo so ein Ding Aber Ah ne, das hat man schon geöffnet Genau Da kamen wir hin Ich weiß aber immer noch nicht Wozu wir dieses eine Teil hier mitnehmen können Das war ja so ein rundes, glaube ich Schauen wir mal hier ein bisschen weiter Vielleicht finden wir da die Antwort Ähm Die packen wir mal einfach ein So Das hört sich aber irgendwie immer noch danach an, dass es hier extremst gesperrt ist Das ist jetzt Neuer Bereich hier hinten, oder? Oder ist das was Altes? Zumindest das Oben kommt mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt vor Schau mal, ob hier noch irgendein Äh, die Moment Die habe ich schon gemacht Dann ist das anscheinend doch kein neuer Bereich Dann kann das sein, dass das da gewesen ist Wo die Ähm Die Die Kinder da zuletzt wach geworden sind Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher Ja, Umarmung der Mutter, genau Das meinte ich nämlich Okay, dann ist das definitiv kein neuer Bereich Puh Ja Aber wir müssten ja irgendwo noch was haben Dass wir dann zum Liedfragment kommen So Jetzt sind wir wieder hier Diesen Ball hier Oder vielleicht auch einen anderen Ich nehme den mal am besten mit, würde ich sagen Und Schau mal, ob wir jetzt hier Oh, Moment Aber das passt da nicht rein, oder? Ich weiß nicht Jetzt kann ich es nicht mehr nehmen Toll Ah Ja, von hinten kann ich durchgreifen Aber Okay Äh Ha Da oben ist auch nochmal sowas Ah, hier ist nochmal so ein gelber Vielleicht muss der gelbe auch da rein Das kann natürlich auch sein Ach, nein Nein, nein Muss er nicht Aha Okay Das heißt, da muss noch irgendwo Jetzt kann ich es nicht mehr sehen Eine andere Farbe sein Okay Das wird jetzt kompliziert Rot Also so rot-rosa Das wird jetzt wahrscheinlich kompliziert Den zu finden Oder das ist jetzt genau die Farbe Die ganze am Anfang War Das Befürchte ich nämlich jetzt Hm Aber hier war doch Eigentlich bin ich doch hier rüber gegangen Damit ich hier irgendwas drüber Boah Hab ich mich jetzt so schrumpft Damit ich hier irgendwas drüber springen konnte Oder Schau mal eben kurz Hm Waren wir hier jetzt schon mal? Nee, ne War das doch? Nee Hier waren wir noch nicht Okay Nein Ich finde hier doch nie wieder hin Leute Oh Nein Ey Oh Moment Das ist quasi geradeaus durch Von dem Aber bevor ich da jetzt rüberreise Möchte ich eigentlich gerne noch das letzte Teil hiervon haben Ich versuche mal hier dem Pfad zu folgen Also Ich Ich meine Es könnte sein Sagen wir es mal so Dass das tatsächlich dieses erste ist Da hinten Leuchtet es irgendwie Aber das sind nur die Schmetterlinge oder was das sind Glaube ich Ähm Das hier war ja neu Das heißt irgendwo hier musste das sein Ja ich höre es aber auf jeden Fall noch Ah Da 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 Okay Dann machen wir das auf jeden Fall noch Und dann muss ich definitiv gucken Dass ich die Sicherungen besorgen kann Hallo Läufst du mal weiter Nicht mittendrin aufhören zu laufen So geht das hier nicht Vielleicht Ja Vielleicht schalte ich links das eine dadurch frei Oder vielleicht Keine Ahnung Ich weiß es nicht Vielleicht kriege ich auch einfach nur wieder irgendeine Truhe oder so Oh Aber irgendwie ist es ja schon spannend Je mehr ich sowas mache Muss ich ganz ehrlich sagen Umso mehr will ich Fennigs endlich wieder weiterspielen Weil ich kriege wirklich nur eine Truhe Ah Okay Mal schauen So viel Arbeit für so eine lausige Truhe Ehrlich Na gut Ähm Habe ich jetzt nur eine Sache um Jora bekommen Na gut Kann man hier hinten Ist wahrscheinlich nur Wasser Keine Höhle und nichts Naja Wasserfall Ja Was halt jetzt wirklich blöd ist Wir müssten ja irgendwo in diesem Gebiet jetzt noch was kriegen Also eine Höhle oder irgendwas Keine Ahnung Ähm Da ist auch noch eine Schist Oh Müssten wir jetzt noch irgendwas finden Wo wir weiterkommen Dass wir dann Das Fragment Finden können Aber das sehe ich jetzt gerade im Moment ehrlich gesagt nicht so Dass wir da was in der Richtung finden könnten Tja Ich werde jetzt mal eben Damit das Ganze hier Also ich bin hier unten Unten ganz an der Seite Äh ne Zum Naturschutzgebiet wollte ich nicht Ich werde jetzt mal alle hier abgrasen Moment Wo sind denn Äh Das ist der Blumenladen Hier müsste ich doch auch was kaufen können Theoretisch Praktisch weiß ich nicht Doch Haha Alles aufkaufen Was wir hier haben So Einmal das Ich weiß Achso Kannst du mir Eine neue Quest geben Ne Hier nimm das Okay Ne Dann hab ich die Quest glaube ich schon bekommen Das ist okay Ähm So Wobei das ja eigentlich sowieso ein Gebiet ist Wo ich mich eh nicht mehr drum kümmern wollte Also hier ist der Blumenladen Hier Ist ein Haus Da ist nochmal ein Blumenladen Da müsste man ja theoretisch auch nochmal was kaufen können Perfekt 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 Der ist leerstehend Moment Moment Jetzt hört es aber alles auf hier Gemischt Warenladen Oh mein Gott Das hab ich ja überhaupt gar nicht Ja so nicht Leute Den hab ich anscheinend neu gebaut So Tun wir das da rein Das Gästen haben wir keine mehr Achso Marke brauchen wir jetzt auch keine Moment Moment Dachfarbe Keine Ahnung Ich hau da jetzt mal einfach Irgendwie wahllos Irgendwas rein Ich hab Oh Das war jetzt was was ich nicht reinhauen wollte Ich hab jetzt weder die Zeit noch die Lust mich da drum zu kümmern Ehrlich gesagt Aber die sollen ja Arbeiten Deswegen Ähm Ich will mal kurz gucken Du bist die Bäckerei oder? Die ist auch leer Achso Ja doch Bei der ist das Richtig Ähm Haben wir ja noch irgendwas was leer ist Also Wie ist das hier? Ne Der Rest ist nicht leer Okay Wenigstens etwas So Das heißt Ich guck jetzt hier oben nochmal eben Das ist nur das kleine Haus Das ist auch nur das kleine Haus Okay Gut Dann Wir sind jetzt in Wiesenquartiere Dann gehen wir Zur Waldregion Da meine ich Dass ich auf jeden Fall eine Bäckerei habe Ja Ja Eine Bäckerei Nur eine Bäckerei Dann Schauen wir mal Das ist ein großes Haus Da müsste das auch eins sein Da hinten Ach ja die erkennen wir doch direkt von der Optik her Ja So Schauen wir mal Oh Nö Bei der Bäckerei Kann ich anscheinend doch nichts kaufen Also können wir tatsächlich nur dahin Wo Blumengeschäfte sind Wie es aussieht Aber gut Ich meine ich habe ja jetzt schon ein paar Ich will das jetzt nicht so in die Länge ziehen Deswegen schauen wir jetzt nochmal eben Naturschutzgebiet Ja das wäre ja eher in der Nähe Da können wir mal kurz Hin Und dann gucken Das ist dann da Was ist mit dir Ich baue eine Brücke Oh okay Ja dann baue eine Brücke Ach oder sag bloß Dass dann da hinten Dass wir da vielleicht dann Das Gebiet haben Wo wir Ah Das wäre cool Das wäre wirklich cool So Das weiß ich nur gerade Ehrlich gesagt nicht mehr War das hier dran vorbei Wir sind doch da Ne Moment Hier war das Wo das runterging Wir sind doch so einen Berg hoch gegangen Glaube ich Oder Anscheinend nicht hier Ach ich habe es geahnt Ich habe es geahnt Ich weiß auch schon gar nicht mehr Wofür ich das jetzt eigentlich Gebraucht habe Also wofür schon Aber Wie ich jetzt da hinkam Das war das wo wir runter Ne das ist das Naturschutzgebiet Aber Da In der Ecke glaube ich Hinten war auch was zum runterspringen Ach es ist schon wieder so dunkel Nein wollt ihr mich denn veräppeln Moment da können wir Rum Aber Da kommen wir nur zum alten Gebiet So wie es aussieht Moment ist das jetzt hier neu Ne die sind aktiviert Ne meine ich doch Ach herrje ich wusste Dass ich das nie wieder finden werde Oh Mann Ach das ist nicht euer Ernst Ich werde jetzt sowieso Naja okay Noch werde ich nicht Ich glaube man muss die Hälfte der Nacht Vorbei haben Damit man dann zurück Gezogen wird Sind wir denn jetzt hier Kommt vermutlich gleich komplett in ein anderes Gebiet rein Ja da oben ist schon wieder Moment da oben Ist das das was wir kennen Dann ist es aber nicht mehr Die Talprovinz Jetzt muss ich aber doch mal gucken Kammer der Warnung Ne die hatten wir doch schon Sonst würde doch da stehen Dass ich das entdeckt habe Oder Also ich gehe davon aus Dass das das ist was wir schon haben Hm Dementsprechend glaube ich Dass wir jetzt hier komplett falsch laufen Da kann man runter Ja was soll's Gehen wir einfach mal hier runter Was ist das Das ist jetzt Von dem anderen das Ne Da bin ich mir ziemlich sicher Aber wir sind ja anscheinend immer noch In der Talprovinz oder Weil der hat mir jetzt nicht gesagt Dass ich woanders reingegangen bin Ähm Boah Leute Ernsthaft Wenn das jetzt Ne hier hinten war das doch mit diesem Äh Ein Gerät da Ne Da bin ich erst da rum Und dann habe ich hier Eine Münze eingesteckt Ja genau Okay Ne Ich glaube ich werde hier heute nie wieder finden Also Ich Äh Werd sowieso jetzt gleich Zurückgezogen Denke ich mal Weil so die Hälfte der Nacht Kann man immer noch machen Wenn man was zu Fuß macht Aber mehr kann man sowieso nicht machen Ich werde trotzdem noch mein Bestes geben Und mich nochmal umsehen Aber ich Ne Jetzt kommt wieder Talprovinz Ach ich bin im völlig falschen Gebiet gewesen Also doch Hm Aber zu dem Fähnchen bin ich nicht hingekommen Das verwirrt mich jetzt gerade ein wenig Da hätte ich Da hätte ich Was war das jetzt Da hätte ich Ähm Da hochspringen müssen Oh was ist Ach so Ach das war die Brücke Ah Dann kommen wir Zu dem Fähnchen Und werde gucken Ja Ich weiß Ich soll mich bettfertig machen Laber laber Ähm Ich wollte mich doch nur gerade verabschieden Also ich mach das jetzt ganz kurz Ich werde die Folge Ähm Jetzt beenden Und wir sehen uns dann Wenn es wieder hell ist Tschüss Bis zur nächsten Folge